Die Voraussetzungen, um Vindikta und Gorbeck töten zu können, sind eigentlich ziemlich simpel. Ihr braucht in dem Fall Zugriff in das Herz oder Zugang in das Herz. Das ist der Dungeon, den ihr in der Wüste neben Narda findet. Und ihr braucht zudem 80 in Angriff, um den Fight starten zu können. Ich empfehle euch einfach, wenn ihr Solo gehen wollt, dass ihr noch ein paar Zusatzrequirements mitnehmt. Die da wären mindestens 80 in den Mini-Combat-Fähigkeiten, also Angriff, Stärke und Defense. Overloads und gutes Gebet, damit meine ich, dass ihr 95 in Prey seid und Torboil mitnehmen, beziehungsweise Krawall mitnehmen könnt. Oder Minimum einen Nahkampfschutz mit 43. Und Overloads eben heißt 89 Pflanzenkunde, ist so das minimale Level, das ihr da bräuchtet. Wenn ihr all diese Requirements erfüllt, dann steht euch eigentlich nichts mehr im Weg und ihr könnt mal reingehen und probieren. Kommen wir zur Ausrüstung. Wenn ich zur Vindicter gehe, dann habe ich folgende Items mit am Start. Ich habe als Waffe die Drachenreiter-Lanze. Hierbei empfiehlt es sich einfach, die bestmögliche Waffe mitzunehmen, die ihr haben oder euch kaufen könnt. Bei mir ist es eben die Drachenreiter-Lanze. Empfehlenswert wäre natürlich eine Giftsetze-Sense oder gar ein Saros-Götterschwert. Dann als Rüstung habe ich die Düster-Rüstung mitgebracht mit Bandos, Boots und Handschuhen. Hierbei ist auch ganz wichtig, wenn ihr natürlich bessere Schuhe oder Handschuhe habt oder kaufen könnt, dann macht das auf jeden Fall. Die Düster-Rüstung hingegen finde ich eigentlich ziemlich solide und kann man wirklich mitbringen. Als Umhang habe ich dann den Feuerumhang oder das Fire Cape mit am Start. Auch hier geht natürlich ein Skill Cape, ist nicht ganz so schlimm oder hat ähnlich gute Werte wie ein Fire Cape. Als Halskette habe ich das Amulett der Seelen, das ist an sich okay. Man muss es nicht unbedingt haben, ihr könnt auch eine Halskette nehmen, die sogar vielleicht ein bisschen besser ist. Bin mir jetzt nicht gerade sicher, wie die Werte von der Onyx-Halskette aussehen, aber die könnte noch eine Option sein. Denn das Amulett der Seelen ist halt einfach besonders dann gut, wenn man eben Soulsplit im Kampf benutzt und das tue ich nicht bei Vindicter. Aber es bietet auch so ziemlich gute Boni und deswegen nehme ich es trotzdem mit. Und als Ring dann den Glück der Zwergerring, ziemlich eindeutig wie so, habe ich eigentlich immer dabei beim Bossen. Bringt solide Werte mit und hat dann auch einfach noch diesen Luck-Aspekt, den man nicht unterschätzen sollte. Als Aura habe ich dann die vampirische Aura mitgenommen. Auch hier könnt ihr natürlich auf Damage setzen, wenn ihr das lieber habt. Ich persönlich mag es einfach so ein bisschen, diesen Lifestyle mit dabei zu haben und bin damit eigentlich auch ziemlich erfolgreich und zufrieden. Zum Inventar selber gibt es da nicht ganz so viel zu sagen, das heißt bei mir sieht es relativ easy aus. Ich habe einfach einen Overload und eine Gebetsaufrischung mit dabei. Dann noch Prayer-Pots, damit mir das Gebet nicht ausgeht und den Rest davon fülle ich mit Food. Kommen wir nun zu den Fähigkeiten. Die Fähigkeitenliste seht ihr jetzt eingeblendet. Ganz wichtig für meinen Kampf bei Vindicta ist an sich eben zum Beispiel im Prey Krawall bzw. Tormoil und natürlich Nahkampf bzw. Fernkampfschutz. Das aber eben nur, wenn ihr es auch besitzt. Ansonsten auch eine der Key-Fähigkeiten ist definitiv Rasserei. Schaltet man mit 42 Stärke frei, sollte denke ich jeder von euch haben, zumindest wenn er sich überlegt, Solo zu Vindicta zu gehen. Dann als einfache Fähigkeiten benutze ich Zersebeln, Spalten, Zertrennen und Schmettern. Und als Threshold bzw. 50er Abilities dann den Bleed bzw. Gemetzel, den Hurricane, das Erdbeben und den Überfall. Als 100er Fähigkeit, wie bereits erwähnt, empfehle ich Rasserei. Und das sind eigentlich so ziemlich alle Fähigkeiten, die ihr braucht. Optional, wenn ihr habt, ist natürlich auch eine Opferung nie verkehrt. Kann man immer ein paar HP restoren. Ist ganz nice mitzunehmen, also warum nicht. Kommen wir nun zum Kampf. Der Kampf ist meiner Meinung nach eigentlich relativ simpel aufgebaut. Das heißt am Anfang, wenn ihr diesen Fight beginnt, dann kommt Vindicta komplett alleine auf euch zu und fängt an euch zu fighten. Hierbei ist wichtig zu wissen, dass Vindicta alle 23 Sekunden oder immer der sechste Attack ihren Drachen ruft. Der fliegt über euch drüber und lässt erstmal Feuer droppen. Dabei solltet ihr immer möglichst schnell einfach aus diesem Feuer rauslaufen, denn sonst kriegt ihr ziemlich viel Damage und das wäre ziemlich unnötig. Zudem macht sie auch bei jedem dritten Attack, wenn ich es richtig gesehen habe, immer so ein AOE-Spell, wo sie sich so dreht und zusätzlichen Damage macht mit einer erhöhten Range. Wenn ihr es dann schafft, Vindicta auf unter 100.000 HP zu bringen, kommt ihr Drache und kämpft mit ihr. Und hierbei hat er immer das gleiche Muster. Das heißt, er macht euch erst einen Melee Auto Attack, dann einen Range Auto Attack, dann wieder einen Melee Auto Attack und fliegt anschließend in irgendeine Ecke und wirft wieder Feuer auf euch. Das ist insofern wichtig, weil es ziemlich wichtig ist, ja wichtig habt ihr gehört, dass ihr euer Prey switcht. Denn der Range Auto Attack insbesondere ist einfach ziemlich stark. Das heißt, ihr tankt einen Melee Auto Attack, habt euer Melee Prey, wechselt dann auf euer Range Prey, damit ihr den Range Auto Attack blocken könnt, denn der kann sonst bis zu irgendwie 5000 Damage anrichten. Geht wieder zurück zu eurem Melee Prey, dann fliegt der Drache weg, ihr dodgt das Feuer, greift wieder an, habt wieder einen Melee Auto Attack, wechselt wieder zum Range Prey, wechselt wieder zum Melee Prey und so geht das immer weiter. Auch sehr, sehr gemütlich oder ein kleiner Tipp ist es einfach, dass ihr euren Bleed macht, kurz bevor der Drache wegfliegt, denn dann kriegt er natürlich den zusätzlichen Damage, weil er sich ganz einfach bewegt hat. Kommen wir nun zu den Loots. Vindicta hat insofern einen ziemlich soliden Loot Table. Das heißt, ich glaube, so ziemlich das Schlechteste, was man bei ihr bekommen kann, dürften sowas wie Uncut Diamonds sein, welche sich momentan bei, glaube ich, 30.000 oder so etwas befinden. Ansonsten bringt sie halt einem ziemlich gut diese neuen Runit Items, ich weiß gerade den Namen nicht, diese riesige, beschichtete Runit Altmaterialplatte gedönst da, Drachenknochen oder auch einfach mal Magic Seeds, welche immer ziemlich gut Wert haben. Das heißt, ihr könnt bei einem Loot, und dabei reden wir einfach nur von den Common Drops, schon mal bis zu, glaube ich, 500.000 einfach so bekommen. Das ist halt eigentlich actually insane. Natürlich kann das Ganze auch unlucky laufen und ihr kriegt schlechte Loots, so wie es eigentlich immer bei einem Boss ist. Und ihr könnt um einiges weniger Geld machen, also sie sind nicht so enorm konstant wie jetzt beispielsweise QBD. Aber ihr habt natürlich bei Vindicta auch immer die Möglichkeit, eine der Super Rare Loots zu bekommen. Die da wären entweder das Wappen von Zaros oder die Drachenreiterlanze, welche sich beide bei ungefähr 25 Millionen befinden. Natürlich ist das immer abhängig, wann ihr dieses Video schaut. Momentan ist jetzt zum Beispiel das Wappen von Samurag bei 24 Millionen und die Drachenreiterlanze schon fast bei 28 Millionen. Also mit anderen Worten, ihr könnt in einer Stunde ziemlich solides Geld machen. Ich glaube, bei mir war es, als ich es gemessen habe, bei diesen 2,6 bis 3 Millionen. Mit ein bisschen Glück kann sich das auch mal bei 4, 5 Millionen befinden, wenn ihr einfach viele Drachenknochen bekommt. Oder eben mit einem Superlucky Rare Loot seid ihr schnell bei über 30 Millionen. So, zu guter Letzt schauen wir uns jetzt noch einen vollständigen Kill von Vindicta an, den ich recordet habe. Und ich probiere möglichst gut darauf einzugehen, was ich wann mache. Das heißt, der Kampf beginnt und ich fange ganz gewöhnlich an mit einem Nahkampfschutz und einem Tormoil Prey, einfach um den Damage zu steigern. Hierbei ganz wichtig erwähnt, Aura, Overload und Gebetsaufrischung hatte ich natürlich schon intus. Wenn ich dann bei 50 Adrenalin bin, bringe ich auch meinen ersten Threshold raus. Das ist der Überfall, das mache ich eigentlich so ziemlich jedes Mal. Und anschließend probiere ich dann entweder noch den Bleed rauszubringen und zu walken. Oder ich muss direkt walken, weil es bei mir immer sich ungefähr so einpendelt, dass wenn ich das zweite Mal auf 50 Adrenalin bin, dass der Drache wiederkommt. Beziehungsweise diese 5 Attacks von Vindicta durch sind. Dann ist es eigentlich ziemlich simpel. Ich bringe alle meine Thresholds einmal raus, also Erdbeben und Hurricane. Und probiere dann mein Adrenalin aufzubauen, dass es auf 100 geht, damit ich mit Raserei ankommen kann. Normalerweise eben kommt der Drache noch einmal vorbei, sprüht sein Feuer über mich, ich walk ein paar Steps und bin dann in der Raserei. Hierbei ist es auch relativ simpel erklärt, denn Raserei macht oder increased halt einfach den Damage, den ihr selber an Vindicta macht. Das heißt, ich probiere hier natürlich möglichst viele Abilities rauszuhauen, wie jetzt hier zum Beispiel den Überfall, damit kein drittes Mal Feuer kommt. Es gibt es in seltenen Fällen, wie jetzt in dem Fight, dass ich es nicht schaffe, schnell genug zu reagieren und noch einmal das Feuer kommt. Das ist aber auch nicht so schlimm. Dann sind wir wie gesagt in der Phase, wo Vindicta auf ihren Drachen Gore wegsteigt. Und hier könnt ihr ganz gut sehen, dass ich immer probiere, möglichst viele Thresholds rauszuhauen, währenddem sie bei mir steht, beziehungsweise er. Und dann eben auch immer mein Prey switche, das heißt 1-Mille-Attack-Tanke, dann auf Range Prey gehe und wieder zurück, um möglichst wenig Damage zu kassieren. Auch eben immer gut ist es, den Bleed zu geben, bevor sie wegfliegt. Habe ich jetzt in dem Kill nicht gemacht, sondern habe mich einfach ein paar Steps bewegt, aber ist einfach so nice to know, sage ich einfach mal. Wenn ihr jetzt all diese Schritte befolgt, dann könnt ihr eigentlich ziemlich locker bei Vindicta einfach noch Damage anrichten, wenn sie auf dem Drachen ist. Müsst halt immer ein bisschen das Feuer dodgen und ganz ehrlich, es fliegt immer auf euch zu. Ihr wisst, wo sie hinfliegt, dass sie immer ein bisschen rechts und links laufen, ist da eigentlich schon die halbe Miete. Hier auch wieder Prey geswitched und jetzt eben seht ihr dann, mache ich den Bleed. Wenn sie wegfliegt, sie kriegt ziemlich viel Damage und der Kill ist glaube ich damit auch schon beendet, wenn mich gerade nicht alles täuscht und wir haben einen Loot von 279.000 Coins.